Schönen guten Tag. Heute ist der 12. Juli und wir sind in Tabor, heißt das hier glaube ich, ne? Und wir sind auf dem Mighty Sounds Festival, was uns sehr freut. Das letzte Mal waren wir vor neun Jahren hier. Krass, oder? Riesig geworden. Ein riesengroßes Festival. Wir haben ja manchmal einen Trockner mit. So einen komischen, wie so ein Wurfzelt mit Luft drin. Weil halt sehr viel nach so Shows auch sehr nass ist an Klamotten. So, wenn man aber nicht so viel hat, was man trocknen muss, dann kann man das auch so machen. Ich weiß nicht, welche Band es hier so gemacht hat, aber es ist auch praktisch. Fast schon süß. 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 Fast schon süß.